Nein, das sieht nicht lustig aus. Bist du jetzt wieder neu verbunden oder was ist los? Ach, einfach mal laufen lassen. New Game, ja. Ja, das interessiert mich nicht. Ja, bla bla bla. Ja. Nichts sieht wieder lustig aus, noch ist das lustig. Vor allem, weil es nicht gut für meinen Rücken ist. Ja, ja. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Bla bla bla, Mr. Freeman. Bla 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 bla. Ich lass dich weiterspielen, danke. Das trinkt jetzt schon mal gar nicht an, ich weiß gar nicht, dass das geht. Press enter, tu was? Was soll ender pressen, um irgendwas zu tun? Das gibt's doch nicht! Ich bleibe an dem letzten Pixel von diesem Dreckstachel hängen. Ja, blablabla. Entschuldigung, warte Taste. Ich glaube, das ist der einzige Stream, den ich mache und die einzige Aufnahme. Das ist echt unbequem. Ja, blablabla. Ja, ja, die sind irgendwo gefangen. Was ist das dumm, sich zu bewegen? Ich denke, das ist nicht möglich. So, nun mal da links. Den hier zuerst. Vergessen wir den nächstes nicht. So, das scheiß Dreckstachel. Blubblub. Blubblubblub. Und da. Ja. Nächste unnötige Tod. Ach komm schon, ich hasse es, es ist, ja. Ich möchte mein Mind nicht nicht frei, bin ich ein Drogenjunkie oder was, dann schmachste nicht ausreden, oh das macht das Kling, hier ein Freie, bin ich so kreativ. Na f**k der, mein Söhne, nein, aaaaaaah! Krise! die krise kriege ich so der unterschied auf familien da ist oder nicht gar keiner er hilft nicht was oder jetzt will ich wieder reden dass mich gehen Nee, nee. Definitiv der einzige Stream. Die einzige Aufnahme, die ich hier mache. Definitiv. Definitiv. Das geht gar nicht. Aber so gar nicht geht das. Nee, läuft da nicht. Leben ist glaube ich erst mal hier links. Und den da aktiv. Dann gehe ich da rein. Und dann geht es da auch schon weiter. Oh, das geht gar nicht. Oh, ich glaube mal, der und der mache ich auch schon Schluss. Mein Rücken sagt, fick dich. Ah, nee. Riesens V. Neuferstes Spiel. So ähnlich. Ein V. Verficke dich. So weit. Was? Verarsch mich nicht. Hast mich nicht getroffen. Das ist eine Lüge. Warum lügst du? Warum bin ich da jetzt noch raus? Eigentlich habe ich es doch gar nicht. Wieso ändern die Wolken ihre Farbe? Stimmt, ich muss ja da runter. Immer noch muss ich da runter. Immer noch. Hat sich überraschenderweise nicht gerne das Spiel seit. Vor 10 Minuten. Gut. Überraschung. Ich dachte es plötzlich auch noch mal... Das ist sowieso. Ja. Es kommt wieder從 die Stelle, ich hasse sie. Ich hasse sie, so das ignorieren wir einfach wieder, einfach ignorieren, fahr mal ein bisschen in dieser Plattform nach da drüber und dann sind uns fallen da runter und dann da rein, weil da drin ist es schön, der Tod ist dein Freund, immer daran denken, selbstbewusst ist eine Lösung, genau wie Alkohol und Brennspiritus, einfach mal ein Liter Brennspiritus in das Haus, kann ich empfehlen, für alle, alle das auf Stufen, ab 8 Jahren. Also, vorsichtig sein, nicht zu oft drücken, sonst geht es in die Stacheln. Ja, knapp vorbei, Zwischenstand ist 13, jetzt werden die Tode hier schon mitgezählt, reicht nicht, dass das Spiel das macht. Oh nö. Seine Tode 3 zählen ja auch mit. Großartig. Ja, ja. Nein, der sich nie ein Millimeter bewegt, wenn er es so lebt. Ja, jetzt vielleicht noch auf die Plattform geschafft, aber ich mache ja keinen Speedrun. Ja, dann renn halt nicht zu. Sonst rennst du doch auch immer dazu, wenn ich da... Ach, komm schon, was ist denn jetzt schon wieder los? Fick dich doch! Nein! Was? Jetzt steht er da... Ah, jetzt... Ah, das ist doch alles nicht wahr! Stand er da so, dass er die Plattform nicht immer runterfährt? Ich glaub's ja wohl nicht. Ja, blablabla... Ah, ich hoffe, diese Stille... Ich habe jetzt ein paar Mal gesehen. Oh, was ich die Plattform? Ja, ich bin ein paar Mal gesehen. Ja, ich bin ein paar Mal gesehen. Nein, na doch, passt noch, nein, es war so schön gerade, ich hasse diesen, ich hasse diesen 사랑 noch, aber nicht mehr ist, ich haveusi diesen impossibles Ausfall вопрос, nein, wann was ich? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich brich die Krise. So. Irgendwo da links worden, dass du jetzt irgendwo links worden hast. Ah, da links. Ah, da links. Ich kriege die Krise. Und Rückenschmerzen. Auch was schönes. Jetzt kann ich vorzeitig in den Wohlstand gehen. Das ist nicht immer wieder verarscht das Spiel. Diese Zahlen irgendwas zu bedeuten? Also außer dass sie mich töten. Abwesend davon dass ich in die falsche Richtung laufe. Ich bin schon wieder da. Scheiße mach ich. Das ist die easy Version. Da können wir zwischen landen. Das ist easy. Im Gegensatz zur Endversion. Wo wir das nicht mehr... Wenn das zu viel ist auf einmal. Endversion wo wir nicht mehr zwischen landen können. Ich weiß immer noch nicht ob das 8000 oder 008 oder Buh heißen soll. Ich hab keine Ahnung. Und hoch. Altmaier runter. Hoch runter links rechts. Das ist alles dasselbe scheiße. Das ist doch alles dasselbe. Das ist ja noch eins. Das sind ja so viele davon. Das wäre viel einfacher wenn keine Objekte da wären die mich töten könnten. Nein! Nein! Das kommt ja auch mal da unten. Warten ist keine Option. Ich seh schon. Ja ja. Einer noch. Es sind noch viel zu viele Welten. 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 Oh Gott. Ich hasse dieses Ding. Ich hasse es so sehr. Nein! Ich... Dreck mich doch am Arsch. So richtig hart. Du dummes Dreckspiel. Ah fuck. Ja. Das zieht natürlich noch mal so richtig viele Tore. Ach. Was? Wieso kommt denn da jetzt rechts noch eins? Soll es doch schon wieder von links kommen? Soll es doch schon wieder von links kommen? Nein! Ich wohne da. Ich wohne da. Nein! Oh Gott! Nicht mehr lustig. Nicht lustig. Ach komm schon. Jetzt scroll halt runter, du dummes Drecksting. 18, 25, 33, 35, 40. Ja schön, ich kann das auch ingame nachgucken. Also wir sind es noch gar nicht so. Moment, wo muss ich jetzt noch hin? Äh, nach rechts. Nach rechts! Äh, jetzt nicht in die... Muss doch nach rechts, oder? Äh... Ja, dann noch weiter runter. Und dann da rein. Und dann... Scheiße ich mich ein. Bin ich da völlig richtig? So, Tower. Das ist der Tower. Ich hab den... Ich hab V-Rank, hallo? Ich muss doch hier was können. Die X ist hier. Die X ist hier. Die X ist hier, muss ich es doch drauf haben. Die X ist hier! Das ist zu knapp. Das ist alles viel zu knapp. Die X ist hier! Die X ist hier. Die X ist hier! Und dann noch mal die X ist hier! Die X ist hier! Na, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Oh Gott, ich hab dich gelobt. Das soll alles scheiße werden. Oh Gott. Darf ich doch niemals selbst loben. Selbstmord stinkt. Selbstlob nicht. Nur Selbstmord.